Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen heute Morgen in der Bundespressekonferenz. Unser erstes Thema beschäftigt sich mit Softwaremanipulation und mit der Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentralen Bundesverbandes VZBV in Kooperation mit dem ADAC. Wir freuen uns hier als unsere Gäste begrüßen zu können. Klaus Müller, Vorstand des VZBV, August Makel, Präsident des ADAC, Jutta Guckmann, Sie ist Leiterin des Geschäftsbereiches Verbraucherpolitik beim VZBV und die Rechtsanwälte Ralf Stoll und Marco Rogert. Herzlich willkommen, Herr Müller, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stellen heute ein neues Klageinstrument, ein neues Instrument des Verbraucherschutzes vor. Nahezu auf den Tag, genau drei Jahre nach Beginn des Diesesskandals, kündigt heute der Verbraucherzentrale Bundesverband gemeinsam mit unserem Kooperationspartner ADAC an die Volkswagen AG zu verklagen. Am 1. November tritt die neue Klagemöglichkeit in Kraft. Dann werden wir beim Oberlandgericht Braunschweig eine Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen einreichen. Ziel der Klage ist die Feststellung, dass Volkswagen mit den Softwaremanipulationen Käuferinnen und Käufer vorsätzlich, sittenwidrig geschädigt hat und daher Schadensersatz schuldet. An der Musterfeststellungsklage beteiligen, können sich Käufer von Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Audi, Seat und Skoda mit den Dieselmotoren EA 189, für die das Kraftfahrtbundesamt und andere europäische Genehmigungsbehörden einen Rückruf ausgesprochen haben. Seit zehn Jahren haben wir Verbraucherschützer dafür gekämpft, dass die Musterklage als wichtigen Schritt zur Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes kommt. Nun ist es soweit und das ist ein Meilenstein für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Dass die Bundesregierung die Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht hat, ist beinahe schon tragisch mit einem der größten Industrieskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte verbunden, dem dieses Skandal der Manipulation von Abgassoftware. Rund zweieinhalb Millionen Betroffene allein in Deutschland rechtfertigen ganz sicher, dass die Musterklage mit ihrem Inkrafttreten am 1. November von uns, dem Verbraucherzentrale Bundesverband, in Kooperation mit dem ADAC gegen die Volkswagen AG eingereicht wird. Der überwiegende Teil der Verbraucher steht immer noch völlig alleine da mit ihrem Schaden. Seit drei Jahren haben sie weder hinreichende Informationen noch Rechtssicherheit. Und das ist schlicht ein Skandal. Verbraucher wurden alleingelassen von Volkswagen-Konzernen, den Autoherstellern, den Behörden, hier insbesondere dem Kraftverbundesamt. Und auch von der Bundesregierung hätten sich Verbraucher mehr Unterstützung gewünscht. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben bereits auf eigenes Risiko geklagt. Aber die Musterfeststellungsklage ist jetzt auch eine Chance für alle Verbraucher. Denn sie ist kostenlos und damit auch für diejenigen interessant, die keine Rechtsschutzversicherung haben oder denen die bisherigen Möglichkeiten zu kompliziert waren. Ob sich Verbraucher an der Musterklage anschließen, müssen sie selbstverständlich für sich jeweils entscheiden. Die Musterklage ist aber ein Gewinn für diejenigen, die nicht selber klagen können oder wollen. Was sind unsere Ziele? Der VCPV will, dass gerichtlich eindeutig geklärt wird, ob es unrechtmäßige Handlungen zum Schaden von Millionen Verbrauchern gegeben hat und ob Volkswagen den Verbrauchern dafür Schadenersatz schuldet. Der VCPV setzt sich dafür ein, dass Volkswagen für seine Taten Verantwortung übernehmen muss und Verbraucher und Gesellschaft nicht auf dem Schaden sitzen bleiben. Wir haben mit der Klageeinreichung die Kanzlei RUSS beauftragt, deren Gesellschafter haben in Deutschland bereits über 13.000 VW-Kunden vertreten und erfolgreich Klagen gegen Händler und die Volkswagen LG durchgeführt. Unser Ziel ist, dass Autobesitzer entweder das Auto zurückgeben können und dafür den Kaufpreis erstattet bekommen oder, wenn sie es behalten wollen, den Wertverlust kompensiert bekommen oder, wenn sie das Auto bereits verkauft haben, eine entsprechende Entschädigung bekommen. Der VCPV klagt in Kooperation mit dem ADAC, dem mitgliederstärksten Mobilitätsverband in Deutschland und ich freue mich darüber. Wir werden gemeinsam alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um für das Recht von Verbrauchern zu kämpfen. Der VCPV fordert seit drei Jahren auch andere Maßnahmen. Objektive Tests der Abgaswerte durch das Kraftfahrtbundesamt, die Übernahme von Garantien nach der Umrüstung durch die Hersteller, Hardware-Nachrüstung, die Einsetzung eines Fonds für Betroffene, sei es bei Wertverlust oder bei Fahrverboten. Schnelle und niedrigschwellige Angebote der Herstellung der Politik sind mehr als überfällig. Natürlich können wir Verbrauchern keine Erfolgsgarantie geben. Die Rechtsprechung obliegt den Gerichten, aber wir vertrauen in die Unabhängigkeit der Gerichte. Das Instrument der Musterfeststellungsklage ist neu. Wir betreiben hier und heute Pionierarbeit. Bislang gibt es keine Erfahrung damit und es gibt auch noch einige offene Fragen. Der VCPV wird diese neue Klagemöglichkeit so gut wie möglich im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher einsetzen. Ab heute finden Sie unter Musterfeststellungsklar-gen.de, Plural bitte, alle Informationen und morgen werden wir auf unserer Veranstaltung drei Jahre Dieselskandal in der Humboldt-Box ab 14 Uhr auch weiter darüber diskutieren. Und ich gebe jetzt gerne das Wort weiter an meinen Kollegen, Herr Makel, Präsident des ADAC. Vielen Dank, meine Damen und Herren, guten Morgen. Der ADAC setzt sich seit Beginn der Dieselkrise auf allen Ebenen intensiv für die Interessen Betroffener ein. Und er hat gemeinsam mit anderen Verbraucherverbänden erreicht, dass das Gesetz zur Musterfeststellungsklage noch rechtzeitig auf den Weg gebracht werden konnte. Neben dem VCPV zählt der ADAC zu den wenigen klagebefugten Verbänden in Deutschland, sodass es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dieses wichtige Klageinstrument nun auch in der Praxis zu fördern und zu unterstützen. Aus prozestaktischen Gründen erscheint es uns zweckmäßig, nur einen Kläger auftreten zu lassen. Darum haben sich die beiden größten deutschen Verbraucherschutzverbände darauf verständigt, die erste Musterfeststellungsklage in Deutschland nicht als Konkurrenzprodukt zwischen ADAC und VCPV anzugehen, sondern gemeinsam der Sache zu dienen, indem nur eine, jedoch von beiden Seiten unterstützte Klage eingereicht wird. Kurz gesagt, unsere gebündelten Kräfte versprechen größere Erfolgsaussichten als zwei konkurrierende Klagen. Dieses gemeinsame Auftreten bei der Musterfeststellungsklage heißt nicht zwingend, dass wir symbiotisch Seite an Seite marschieren, sondern jede Institution ihre jeweilige Intention und Sichtweise auch weiterhin deutlich macht. Konkret, der ADAC sieht sich in der großen Verantwortung für die Interessen seiner Mitglieder. Deshalb setzen wir uns intensiv dafür ein, das Bestmögliche für betroffene Verbraucher zu erreichen und die Klage des VZBV mit rechtlichem und technischem Know-how vollumfänglich zu unterstützen. Es darf hier nicht um Eitelkeiten einzelner Verbände gehen, sondern darum, betroffene Verbraucher bei der Eintragung im Klageregister zu beraten, sie mit Informationen zu versorgen und den Prozess in ihrem Sinne erfolgreich und erfolgversprechend zu begleiten. Gegenstand des ersten Verfahrens sind nur betroffene VW, Audi, Seat und Skoda Fahrzeuge, in denen diese EA 189 Motoren verbaut sind. Gerade für diese Fahrzeuge droht mit Ablauf des Jahres 2018 eine Verjährung von Ansprüchen gegen den Herstellern. Bei Fahrzeugen anderer Hersteller besteht dieses Zeitproblem derzeit nicht. Daher gibt es aktuell auch keine konkreten Pläne für ein weiteres Musterfeststellungsverfahren. Bei der Musterfeststellungsklage handelt es sich um rechtliches Neuland. Ein vergleichbares Verfahren gab es bisher nicht in Deutschland. Deshalb sind die Erfolgsaussichten einer solchen Klage schwer einzuschätzen. Die Rechtsprechung hat deutschlandweit in Einzelstreitigkeiten zum Thema Softwaremanipulation sehr unterschiedlich geurteilt. Gerade deshalb ist es so wichtig, hier eine eindeutige Entscheidung zu erreichen. Der ADAC wird sich gemeinsam mit dem VZBV intensiv für einen positiven Ausgang des Verfahrens einsetzen. Bisher hatten Betroffene nur die Möglichkeit, auf eigene Faust zu klagen, mit ungewissem Ausgang und erheblichem Kostenrisiko. Zudem hat die Erfahrung im Prozessalltag gezeigt, dass eine höchstrichterliche Entscheidung von Seiten des Herstellers mit allen Mitteln vermieden werden sollte. Zeichnete sich bislang eine OLG-Entscheidung zu Ungunsten des Herstellers ab, war ein deutliches Schema zu erkennen. Die Kläger wurden ein großzügiges Vergleichsangebot mit Stillschweigeabkommen förmlich aus dem Prozess herausgekauft. Alternativ konnte man sich einer Klageindustrie nach amerikanischem Vorbild anschließen, die mit vermeintlichen Sammelverfahren warb, bisher jedoch ohne sichtbare Erfolge. Kritiker behaupten, die Musterfeststellungsklage ginge nicht weit genug. Diese Kritik ist uns nicht fremd. Natürlich wissen wir, dass diese Klage kein Selbstläufer ist, die am Ende zu einem konkreten Auszahlungsbetrag für den Einzelnen führt. Denn das Urteil stellt nur fest, ob grundsätzlich ein Anspruch auf Schadenersatz besteht. Den konkreten Betrag muss dann jeder Betroffene in einem eigenen Verfahren gelten machen. Dennoch ist ein positives Feststellungsurteil ein riesiger Schritt im Sinne der Verbraucher. Denn die im Urteil getroffenen Feststellungen kann er für seinen eigenen Folgeprozess verwenden und erspart sich damit viel Aufwand, viel Risiko und hohe Prozessgebühren. Zudem besteht auch die Chance, dass Kläger und Beklagte sich am Ende des Prozesses in einem Vergleich einigen. Und hiervon könnten betroffene Verbraucher dann direkt und ohne weiteren Folgeprozess profitieren. Gleichzeitig bringt die Europäische Kommission derzeit ein weitergehendes Gesetzzusammelverfahren auf den Weg, das auch die bisher in Deutschland noch nicht vorgesehene zweite Stufe der Klage auf Leistung beinhaltet. Somit können Verbraucher künftig in einem einzigen Verfahren zu ihrem Recht kommen. Wir freuen uns, dem Verbraucher derzeit eine Chance bieten zu können, seine Rechte zu verfolgen und dies ohne eigenes Risiko. Potenziellen Teilnehmern entstehen keine Kosten. Zudem wird durch die Anmeldung beim Klageregister die Verjährung gehemmt, sodass keine wertvolle Zeit verloren geht. In diesem Sinne sehen wir dem 1. November 2018 mit Spannung entgegen und freuen uns auf die große Herausforderung, die erste Musterfeststellungsklage in Deutschland für möglichst viele Verbraucher voranbringen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, schönen Dank. Herr Markel, Frau Guckmann. Ja, vielen Dank. Auch von mir einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Jutta Guckmann. Ich bin Bereichsleitung Verbraucherpolitik im Verbraucherzentrale Bundesverband und als solche verantwortlich unter anderem für die Rechtsdurchsetzung im VZBV. Die Rechtsdurchsetzung ganz allgemein ist ein unglaublich wichtiger Baustein des Verbraucherschutzes, denn ihnen bringen die wundervollsten, schönsten Verbraucherschutzregeln gar nichts, wenn sie sie letztendlich nicht durchsetzen können und sie nur auf dem Papier bestehen. Deswegen haben wir von unseren Klagerechten bislang schon ganz, ganz viel Gebrauch gemacht, haben wir enorme Expertise aufgebaut, insbesondere im Bereich der Abmahnung und Unterlassungsklageverfahren. Jetzt werden wir ein neues Instrument haben und wir werden es auch gleich anwenden. Am 1. November werden wir die erste Musterfeststellungsklage des VZBV einreichen, drei Monate nach Verabschiedung des Gesetzes. Bis zum 1. November, das ist mir ganz wichtig zu sagen, wird erst mal nichts passieren, weder von unserer Seite noch für Verbraucher. Es gibt keinen Grund, jetzt aktiv zu werden. Erst wenn die Klage eingereicht ist und das kann sie erst am 1. November werden, ist der Zeitpunkt auch noch mal hinzuschauen, für Verbraucher hinzuhören, was dann passiert. Ich will Ihnen das kurz skizzieren. Wir werden die Klage einreichen. Das Gericht wird innerhalb weniger Tage voraussichtlich die Klage zustellen und das ist auch der Zeitpunkt, in dem die Verjährung gestoppt wird für all diejenigen, die sich dann ins Register eintragen. Aber zunächst prüft das Gericht erste Zulässigkeitskriterien. Insbesondere müssen wir als klageführender Verband zehn Fälle glaubhaft machen. Das ist deswegen so wichtig, um darzulegen, dass es sich nicht um einen Einzelfall und auch nicht um ein theoretisches Problem handelt. Laut Gesetz hat das Gericht für die Prüfung etwa 14 Tage. Wir haben aber überhaupt keine Erfahrungswerte, ob das dann auch tatsächlich die 14 Tage sein werden. Erst wenn das Gericht diese Prüfung abgeschlossen hat, wird das sogenannte Register eröffnet werden. Dieses Register wird beim Bundesamt für Justiz geführt werden und es wird auch für mindestens zwei Monate geöffnet bleiben. Für Betroffene, die sich interessieren, an dieser Klage teilhaben zu können, haben wir eine Internetseite online gestellt. Sie sollte jetzt online sein, in einer Minute. www.musterfeststellungsklagen.de Und weil uns ja bewusst ist, dass es auf den weiteren zeitlichen Ablauf sehr ankommt, wird es dort die Möglichkeit geben, sich einzutragen, die E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und dann werden Verbraucherinnen und Verbraucher, immer wenn es Neuigkeiten gibt, neue Informationen und insbesondere Handlungsbedarf, unmittelbar benachrichtigt werden. Es gibt darüber hinaus eine Telefon-Hotline. Die erreichen Sie unter der 030-325-02700. Und wir hoffen, dass wir damit ganz, ganz viele Fragen der Verbraucherinnen und Verbraucher beantworten können. Vorbereitung und auch die Klagerhebung werden eine enorme Herausforderung werden. Sie waren es jetzt schon drei Monate Zeit. Bis heute ist nicht viel. Und auch die Zeit bis zum 1. November wird wie im Fluge vergehen. Deswegen hat sich der VZBV tatkräftige Unterstützung ins Haus geholt und hat die RUSS Litigation beauftragt, mit der Unterstützung bei den Vorbereitungen insbesondere als unsere Vertreter vor Gericht. Und die Herren stellen sich jetzt selbst vor. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Frau Guckmann. Herr Stoll, bitte. Auch von mir einen schönen guten Morgen. Rechtsanwalt Stoll von der Kanzlei Dr. Stoll und Sauer. Wir sind eine auf Massenschäden spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei aus dem schönen Schwarzwald, die seit 2010 ausschließlich auf Verbraucherseite tätig ist und sehr viele große Massenschadenfälle bearbeitet hat. Wir haben im Abgasskandal bisher mehr als 50.000 Geschädigte beraten und führen mehr als 6.000 Klagen. Es hat sich gezeigt, dass vor allem sehr viele nicht rechtsschutzversicherte Mandanten das Kostenrisiko scheuen. Und darum bin ich wirklich sehr glücklich darüber, dass es die Musterfeststellungsklage gibt und dass wir dieses Verfahren auch im Namen des VZBV führen dürfen. Wir werden hier sicher Pionierarbeit leisten müssen. Es ist juristisches Neuland. Wir haben gegen VW mittlerweile hunderte Gerichtsverfahren gewonnen und sind äußerst zuversichtlich, dass wir auch das Verfahren in Braunschweig dann gewinnen werden. Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass immer mehr Gerichte den Geschädigten Recht geben und vor allem auch Oberlandesgerichte. Da möchte ich insbesondere das Oberlandesgericht Oldenburg hervorheben, was den Klagen gegen VW sehr gute Erfolgsaussichten beimisst. Von daher denke ich, sind wir hier mit der Musterfeststellungsklage auf einem sehr guten Weg. Wir werden diese einreichen zum 1. November 2018. Und ich denke, VW wird sich vor dieser Klage mit Sicherheit fürchten. Vielen Dank. Herr Rogert, wollten Sie auch noch einiges bemerken dazu? Sehr gerne. Auch von mir einen guten Morgen. Mein Name ist Marco Rogert von der Rogert & Ulbricht Rechtsanwaltsgesellschaft. Wir sitzen in Düsseldorf aus dem schönen Rheinland. Es ist so, dass wir auch eine Kanzlei der ersten Stunde im Abgasskandal sind. Wir haben bereits am ersten Tag nach Bekanntwerden des Abgasskandals über unsere Internetseite auto-rückabwicklung.de die ersten Mandate entgegengenommen. Wir vertreten derzeit 8.000 Verbraucher im Abgasskandal, haben 6.000 Klagen eingereicht. Und das ebenfalls mit sehr gutem Erfolg. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die beiden Kanzleien und Vertreter hier sitzen, die erfolgreichsten Kanzleien im Abgasskandal sind. Und wir freuen uns dementsprechend, dass der VZBV und der ADAC uns hier das Vertrauen erteilt haben, die entsprechende Musterfeststellungsklage zu vertreten. Die Volkswagen AG und ihr Händlerring hat von Anfang an eine ganz klare Strategie verfolgt. Und die lautet, wer nicht klagt, kriegt nichts. Und das ist eine ebenso einfache wie mittlerweile, wie sich herausgestellt hat, auch sehr erfolgreiche Strategie gewesen. Zum größten Bedauern derjenigen, die hier betroffen sind und nicht über eine Rechtsschutzversicherung verfügen. Das führt eben dazu, dass man eben diese Strategie nur dann ad absurdum führen kann, indem man gewinnt vor Gericht. Das haben wir in vielen Fällen getan. Mittlerweile haben 82 von 115 Landgerichten pro Kläger geurteilt und Volkswagen verurteilt aus Delikt. Aus Delikt heißt unerlaubte Handlung. Das heißt also aus Betrug oder aus vorsätzlich sittenwidriger Schädigung oder wegen des unerlaubten Verkehrsbringens von Kraftfahrzeugen in den europäischen Markt. All diese Punkte sind wesentlich. Unsere Kanzlei war diejenige, die im Jahr 2017, im Januar, die erste erfolgreiche Klage geführt hat. In Hildesheim, ausgerechnet im Mutterland des Volkswagen-Konzerns, in Hildesheim war es dort. Und wir freuen uns damit, den Weg bereitet zu haben, zum einen für erfolgreiche Individualklagen und zum anderen auch für diese Musterfeststellungsklage. Auch wir halten es eben für einen Meilenstein, dass hier also ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht wird. Und wir hoffen, dass die 99 Prozent Betroffener, die sie bis heute nicht dazu entschließen konnten, eine Klage zu erheben. Das finde ich eine unglaubliche Zahl, dass diese 99 Prozent sich nunmehr überlegen, ob sie sich nicht eben dieser Musterfeststellungsklage als neuem rechtlichen Instrument anschließen, um auf diese Art und Weise nicht der Dumme zu sein am Ende. Der SPD-Mann Reinhold Joost hat heute laut Handelsblatt-Meldung in einem anderen Kontext, da ging es um die Hardware-Nachrüstung Richtung Automobilindustrie, gesagt, wer bescheißt, der zahlt. Dem ist aus unserer Sicht nichts hinzuzufügen. So, im schönen Berlin kommen wir jetzt zu Fragen. Herr Busemann startet. Ja, ich hätte gerne gewusst, ob man den Schadensersatz in jedem Fall schon beziffern kann. Also, wenn ein Wagen 9, 10,000 Euro kostet, dann wird festgestellt, dass man hier, wie viel weniger ist dann der, dass man eine Anlage machen kann, was für den Umfang dieser Schadensersatz hat. Und dann habe ich die zweite Frage, ich möchte gerne, welches Ziel, wie es dann Feststellungsfragen hat, ist das wirklich nur eine Schadensfeststellung oder ist auch ein Vergleich denkbar, der dann übertragen wird, auf diejenigen, die eben das mal geringste eingetragen haben. Wer möchte? Ja, ich sage was zu dem Schadensersatz. Also, es gibt unterschiedliche Gerichtsurteile. Der Schadensersatzanspruch hat im Prinzip zwei Richtungen. Sie können die Rückerwicklung verlangen. Es muss geklärt werden, ob dann der Kaufpreis zurückbezahlt wird in voller Höhe oder in Höhe Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung. Das ist die eine Variante. Dann geht das Fahrzeug an den Volkswagen-Konzern zurück. Und die andere Variante ist, sie bekommen eine Einmalzahlung. Die Gerichte urteilen zwischen 10 und 25 Prozent aus. Also, das höchste Urteil, was wir erstreiten konnten, waren 25 Prozent vom Neupreis her. Ihre zweite Frage zum Vergleich. Also, es ist, wie auch in anderen Verfahren, möglich, einen Vergleich zu schließen. Es kommt darauf an, ob die beiden Parteien da zusammenkommen. Der klageführende Verband hat auch dazu das Mandat mit seiner Klagebefugnis. Und die Verbraucher, die dann im Register stehen, haben aber die Möglichkeit, diesem Vergleich zuzustimmen oder den Vergleich abzuleben. Herr Pichner. Also, die Musterfeststellungsklage richtet sich ja an private Verbraucher. Das heißt, es geht um Privatpersonen an der Stelle. Und für den Fall, dass Sie bisher natürlich Ihre Klagerechte abgetreten haben, müssen Sie gucken, welchen Vertrag Sie da unterschrieben haben. Das heißt, primär richten wir uns an diejenigen, die eben bisher nicht klagen konnten oder wollten. Und die Zahl 99 Prozent steht ja bereits im Raum. Dürfte ich da noch etwas ergänzen, weil Sie jetzt gesagt haben, sich auf der Homepage eintragen? Also, auf unserer Homepage können Sie nur eine Art News Alert beziehen. Wir informieren Sie. Sie können sich bei uns nicht für diese Klage registrieren. Das können Sie nur tun, sobald das Bundesamt für Justiz das Register eröffnet hat. Wir wissen, dass das in Arbeit ist, dass auch zum 1. November ein Register funktionsfähig zur Verfügung stehen wird. Aber wie genau Sie sich dort eintragen, ob Formulare zur Verfügung gestellt werden oder so etwas, das wissen wir noch nicht. Darüber werden wir dann auch, sobald wir das wissen, informieren. Frau Marschall. Ich habe drei Fragen. Also, noch mal zum Verständnis zu der Frage von dem Kollegen Husemann. Also, Ergebnis dieser Musterfeststellungsklage kann dann ein Vergleich sein, aus dem die, die Sie schon eingetragen haben, dann auch schon Geld bekommen können. Also, das heißt, Sie müssen nicht noch mal eine zweite Klage machen. Okay. Also, dann meine zweite Frage wäre, wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach, bis zu einem Urteil, wenn Sie dann eine Musterfeststellungsklage und dann vielleicht noch mal an Herrn Stoll auch die Frage, und dann, wie lange dauert eigentlich so ein Schadensersatzprozess? Also, ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir die Klage im November einreichen, dass wir im nächsten Jahr eine mündliche Verhandlung in Braunschweig bekommen. Also, die Klage, die eingereicht wird, oder die gesamten Schadensersatzprozesse sind in Braunschweig ja nicht unbekannt. Wir führen auch in Braunschweig hunderte Prozesse, die Richter kennen die Materie natürlich. Darum gehe ich davon aus, dass spätestens 2019 eine mündliche Verhandlung sein wird. Man wird dann sehen müssen, was dort passiert. Aber spätestens 2020 dürfte es ein Urteil geben. Sollte es nicht zu einem Vergleich kommen, muss jeder Geschädigte sich Gedanken darüber machen, ob er noch einmal einzeln klagt. Dort ist dann mit einer Verfahrensdauer von ein bis zwei Jahren noch einmal zusätzlich zu rechnen. Also, vielleicht an der Stelle, wenn ich mich auch noch einmal einmischen dürfte. Wenn, also wir gehen davon aus, dass egal, wie das OLG urteilt, die jeweils unterliegende Partei in die nächste Instanz geht. Dann sind wir beim BGH. Dann haben wir ein höchstrichterliches Urteil. Damit rechnen wir, falls es keinen Vergleich gibt. Und dann erwarten wir aber auch, dass, wenn es ein höchstrichterliches Urteil gibt, dass ein Konzern zu Schadensatz im Grunde nach verpflichtet, in dem auch bestimmte Berechnungsgrundlagen schon festgelegt sein sollten, dass dann der Konzern sich sehr wohl überlegt, ob er sich dann an das, an diese Rechtsprechung hält. Aber über all dem schwebt das Damoklesschwert der Verjährung, was bekanntermaßen Ende des Jahres abläuft. Darum ja auch die Hektik im politischen Gesetzgebungsverfahren. Und wer dann nicht sich in das Register des Bundesamtes eingetragen hat, ist schlicht draußen. Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Und zwar mag sich jetzt der eine oder andere denken, na ja, der Abgasskandal ist seit 2015 bekannt. Das heißt, die Autos werden nicht jünger. Es streichen mehrere Jahre ins Land. Das ändert aber letztendlich nichts daran, dass der Einzelne einen Schaden hat, auch wenn er das Fahrzeug in der Zwischenzeit verkauft. Auch diesen Schaden machen wir geltend. Ja, und das, was wir lassen, feststellen, dass eben auch dieser Schaden, der merkantiele Minderwert oder andere Schäden, die dabei in Frage kommen, dass die erstattungsfähig sind und dass die erstattet werden müssen. Die nächste Frage, Herr Kollege, bitte. Ja, Herr Kollege, das ist ein Beispiel. Ich würde nochmal interessieren, wenn die beiden Kanzleien Schäfer finden, für die für Ortsamten nachher jetzt eben im Prozess führen, dort klagen, worin besteht Ihre Rolle im weiteren Prozess? Also der VZBV hat, wie gesagt, viel Klageerfahrung. Wir sind ein anerkannter Verband. Und in der Diskussion über die Musterfeststellungsklage war es ja keine triviale Frage, wer darf eigentlich klagen. Der Gesetzgeber hat entschieden, dieses auf anerkannte Verbraucherschutzverbände zu begrenzen. Und insofern stehen wir mit unserer Erfahrung, auch unserer Entschlossenheit, unserer Entschiedenheit für die Rechte der Verbraucher und Verbraucher einzutreten, ein für diese Klage. Wir verantworten sie und wir finanzieren sie. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat viel rechtliche Erfahrung. Was wir aber nicht haben, ist technische Erfahrung. Ja, wir wollen den VZBV unterstützen, vor allem auf der technischen Seite auch, aber vor allem auch deshalb, weil wir uns in der Pflicht für unsere Mitglieder sehen, die ja manche nicht oder manche scheuen, diese Klagen einzugehen. Und es sind ja nur ganz wenige Verbände dazu berufen worden, sage ich jetzt mal, berufen worden, eine derartige Klage führen zu können. Und da ist eben der VZBV und der ADAC haben sich da zusammengetan. zusätzliche Mittel, auch mit dem Bundeshaushalt 2018 sind wir sowohl stellenmäßig, als auch mit Sachkostenmitteln ausgestattet worden, um diese Klage führen zu können. Das allein reicht nicht, weil, wie gesagt, der Prozess wird über mehrere Jahre hinweg gehen. Insofern sind wir zurzeit in den laufenden Haushaltsverhandlungen dabei, dafür zu sorgen, dass wir dieses auch in den nächsten Jahren fortführen können. Ich bin da zuversichtlich. So, Frau Kollegin, bitte. Sie sind dran. Zwei Fragen. Zum einen, sollte sich die EU-Gemissung zur Warnschlage durchgehen, der nach der Musterfeststellungsklage auch zugeht. Und die zweite Frage, VW, also das, was Sie ja irgendwie angesprochen haben, Herr Markel, mit diesem Vergleichsangebot, das so wirklich versucht, da irgendwie rauszukaufen. Durch die Musterfeststellungsklage wird das aber nicht, also wird das ja nicht aufzulegen, oder? Also wenn ich diese Frage, die letzte Frage beantworten darf, es haben sich natürlich in den Einzelklagen, hat VW jedes Mal versucht, sobald man sehen konnte, dass der Prozess für Sie negativ ausgehen wird, mit einer, mit praktisch den Kläger, den Einzelkläger rauszukaufen, mit Stillschweigeabkommen. Das wird in der Musterfeststellungsklage natürlich nicht gehen. Genau. Und die andere Frage müsste vielleicht einer der Rechtsanwaltskriege Ja, kann ich sofort, also, erstens, Herr Markel, da haben Sie absolut recht. Unser Ziel ist eine höchstrichterliche BGH-Rechtsprechung, die tatsächlich dann auch für alle gilt. Und das Zweite ist, der New Deal for Consumers, der EU-Kommission, sieht eine Leistungsklage vor. Jetzt bin ich kein Prophet, aber ich glaube, dass es nicht zu einer schnellen Einigung zwischen Europäischen Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten kommen wird, sodass es wahrscheinlich doch eher zu einem BGH-Urteil in Sachen unserer Musterfeststellungsklage kommt, als zu einer rechtlichen Umsetzung des New Deal for Consumers. Wenn es irgendwann den New Deal for Consumers mit einer Leistungsklage auch im deutschen Recht gibt, dann werden wir ein ganz neues Instrumentarium haben, ich sage mal, eine Musterfeststellungsklage plus, die dann nicht nur ein Feststellungsurteil, sondern auch eine Leistungskomponente beinhalten würde. Aber ich glaube, da sind wir noch ziemlich weit in der Zukunft. Frau Frödinger. DBA, Theresa Dack, eine Frage zu den zehn Fällen, die Sie jetzt darstellen. Wie wählen Sie die aus und werden Sie das auch öffentlich machen? Und das Zweite, das Klagen muss mindestens zwei haben Sie gesagt, das ist ja auch sinnvoll, bis zum 31.12. muss man sich dann eintragen oder geht das auch mit der Lage? Also jetzt stellen Sie einer Juristin eine juristische Frage und die, also die erste Frage, wir müssen zehn Fälle glaubhaft machen, das werden wir in unserer Klageschrift tun und die ist erst mal nicht öffentlich. Also das geht erst mal ans Gericht und das Gericht stellt es der Beklagten zu. Die Verjährungsregelung, das ist eine der Neuregelungen, da betreten wir tatsächlich ein Stück weit rechtliches Neuland. Die Regelung ist so gefasst und wir verstehen sie so, dass mit der Erhebung der Klage, also Zustellung bei der Beklagten, die Verjährung gehemmt wird. Aber es gibt nicht nur diese Voraussetzung, die Erhebung der Klage für die Hemmung, sondern es müssen sich dann eben auch noch individuell die Verbraucher in dieses Register eintragen. Und wir gehen davon aus, dass dies auch noch nach dem 31.12. passieren kann, weil die Eintragung rückwirkt quasi auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und sie somit dann auch noch sicher sind. Das ist aber sicherlich auch eine der Fragen, die wir noch klären müssen. Deswegen werden wir auch da zu gegebener Zeit noch informieren, bis wann genau sie sich eintragen müssen. Der Volkswirt antwortet darauf, wenn sie auf der sicheren Seite sein wollen, tragen sie sich vor dem 31.12. ein. Ich habe zunächst noch eine Nachfrage zu dem Zeitplan, wie ich das jetzt richtig alles mitgeschrieben habe. 2020, wo er geht, dann werden wir 2022, 2022, BGA und dann werden die Einzellagen 2024, größtens. Das ist noch mal so ein Stichpunkt. Dann die Frage, sind Sie überhaupt sicher, dass Sie der Musterkläger werden? Kann es nicht passieren, dass am 1. November noch ein anderer dienische Vorkopf oder wie ist das jetzt genau geregelt? Ich glaube, die Fragen haben lange Zeit vom Wind und Trennen gerede, also müssen Sie ja nicht unbedingt gewinnen. Und zur Finanzierung nochmal, kriegt das jetzt alles der VZGV, will der ADAC auch finanziell unterstützen oder mehr als Mobilisator da auch kriegen von Klägern? Also wie ist da die und welche Dimension erwarten Sie für das gesamte Verfahren? Also ich beantworte den Teil, den Sie an mich gerichtet haben, beziehungsweise auch das mit dem Windhund, Windhundverfahren, das ist entschärft worden, das ist offiziell entschärft worden, gehen jetzt mehrere Klagen am selben Tag ein, dann werden sie alle berücksichtigt und es wird zu einem gemeinsamen Verfahren verbunden. Und der ADAC tritt vor allem als Mobilisator auf. Das ist ein gutes Wort. Und eine ganz wichtige Rolle. Und gehen Sie davon aus, der Verbauenzentrale Bundesverband hat in den letzten Wochen viele Gespräche geführt. Wir gehen davon aus, dass wir Ihnen heute die Klage gegen Volkswagen vorstellen. Und ich bin froh, dass wir das genau in der Konstellation gemeinsam mit dem ADAC tun. Und dann hatten Sie noch eine Frage zu den Kosten des Verfahrens. Ja, die wird der VZBV tragen. Es gibt aber eine Streitwertbegrenzung, deswegen wird das nicht exorbitant teuer, je mehr sich Verbraucher eintragen. Davon wird es nicht abhängen. Und Sie hatten, wenn ich kurz das Wort ergreifen darf, zur Dimension eine Frage gestellt. Die Dimension ist natürlich schwer abzuschätzen, aber wenn man sich eben das Potenzial der Anzahl der potenziellen Registrierungs oder Registrierenden, so kann man es am besten laut formulieren, sich überlegt, dann kann es tatsächlich eben ein riesiges Massenverfahren sein. Es kann aber eben auch sein, dass das Interesse nicht so hoch ist. Das weiß man vorher nicht. In jedem Fall ist es aber so, dass wir in unserer täglichen Praxis merken, dass das Interesse gigantisch ist. Jeder, der bei uns anruft, bei uns in der Kanzlei Robert und Ulbricht in Düsseldorf und anruft und fragt, ich bin nicht rechtsschutzversichert, ich habe ein relativ hohes Kostenrisiko, was kann ich denn machen und man erwähnt nur das Wort Musterfeststellungsklage, da fragt man immer sofort, ja wo kann ich mich denn anmelden? Also das Interesse scheint wirklich riesig zu sein und insofern gehe ich schon davon aus, dass es also mindestens mehrere tausend Anmelder geben wird, vielleicht gibt es auch viel mehr. Bitte. Für die Dimension der Finanzierung hätte ich mich interessiert. Auswendig weiß ich es nicht, bei 250.000 Streitwertbegrenzung, ich glaube wir hatten für die erste Instanz um die 6.000, 7.000 Euro Gerichtskostenvorschuss, also rechnen Sie über 20.000 Euro. Sie können davon ausgehen, eigene Anwaltskosten ungefähr 7.000 Euro, Gerichtskosten würde ich jetzt mal schätzen vielleicht 3.000 Euro und dann, wenn man unterliegt, halt die gegnerischen Anwaltskosten. Natürlich kommen bei uns noch die Personalkosten dazu, wir bauen ein Team für Musterfeststellungsklagen auf, wie es der Bundeshaushalt vorgesehen hat und uns ermöglicht und natürlich die Informationskosten, wir rechnen damit, dass die Hotline, die wir aufgebaut haben, rege genutzt wird. Wir müssen im Verfahren laufen, finanzieren, das kommt alles noch mit dazu. Gibt es bisher, was mir bekannt ist, keinerlei Entscheidungen, weder positive noch negative? Herr Bussemann. Ja, ich wollte nochmal nachfragen, ob diese Staatsversorgung auch geltend gemacht werden kann, wenn man den Wagen verschockener Platz, also nicht nur verkaufen, sondern einfach nur wieder überbringend weg ist. Und ich wollte auch wissen, ob der BGH wirklich das Ende der Krankenstrange ist, oder ob es noch vor den neuen GGH weitergehen kann. Also aus meiner Sicht macht es keinen Unterschied, ob Sie das Fahrzeug jetzt verkauft haben oder haben verschrotten lassen. Natürlich werden Sie dann nicht vielleicht, es ist rechtlich dann ein bisschen komplizierter. Sie können dennoch die Rückabwicklung quasi verlangen, Sie können das Fahrzeug nicht mehr zurückgeben. Sie müssten dann quasi, also es ist ein tatsächliches Problem, Sie können es natürlich schon noch in vielleicht ein Meter auf ein Meter, ein Kubikmeter können Sie noch zurückgeben, ja vielleicht, ja, aber Sie müssten dann den Wert dieses Fahrzeuges ersetzen, ja, und da kommen Sie einfach in Beweisschwierigkeiten, ja, das kann niemand mehr feststellen. Also das wird, ist rechtlich nicht unmöglich, aber tatsächlich wahrscheinlich schwierig. Zum zweiten Teil würde ich ganz gerne antworten. Grundsätzlich ist eine sogenannte Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs denkbar, wenn es ganz spezifisch europarechtliche Normen betrifft. Wir haben eine Anspruchsgrundlage, die europarechtliche Normen beinhaltet. Das ist der § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit einer europäischen Verordnung, die bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Fahrzeuge in Europa in den Verkehr gebracht werden dürfen. Sollte es nach Auffassung des Gerichts genau darauf ankommen, wie diese Norm zu interpretieren ist, wäre ein Vorabentscheidungsverfahren tatsächlich denkbar. Wir gehen allerdings derzeit davon aus, dass eine Entscheidung auch ohne ein solches Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof auskommen kann. Dazu ist noch festzustellen, dass die letzte Instanz gegebenenfalls vorliegen müsste. Der BGH ist in dem Fall wahrscheinlich. Das Oberlandesgericht könnte lediglich vorliegen. Das ist also auch noch ein Unterschied in der Regelungsweise. Herr Pichter. Tut mir leid, dass ich es nicht einfach formulieren kann, aber ich muss es leider richtig machen. Eine Frage zum Schaden. Die meisten Fahrzeuge sind in der Software abgedehtet worden, eigentlich nicht durchführen. Wer ist gefragt? Vielleicht zum Schaden, was das Landgericht Nürnberg hat es mal so schön gesagt hat. Der Betrug kann nicht nachträglich dadurch beseitigt werden, dass ein Software-Update aufgespielt wird. Viele Gerichte stellen fest, dass die Fahrzeuge wertgemindert sind. Wir haben ja die großen Diskussionen für das Fahrzeug dazu, dass es gesetzeskonforme Fahrzeuge sind, die ohne Folgeprobleme dann weiterfahren können oder nicht. Und viele Gerichte sind der Ansicht, dass ein Käufer, der ein solches Fahrzeug kauft, damit rechnen muss, dass er damit Probleme bekommt. Sie würden niemals für ein nicht manipuliertes Fahrzeug denselben Preis bezahlen als für ein manipuliertes Fahrzeug, selbst wenn das Software-Update drauf ist. Und da ist dann zumindest der Restschaden noch der Minderwert. Beziehungsweise der Rückabwicklungsschaden, wenn jemand die Rückabwicklung will, besteht dann immer noch weiterhin. Vielleicht noch kurz ergänzend. Die Gerichte gehen in aller Regel auch davon aus, dass in dem Moment, in dem man den Kaufvertrag schließt über ein derartiges manipuliertes Fahrzeug, bereits der Schaden eingetreten ist. Sodass man also in dem Moment bereits einen Schaden hat, den man dann eben auch geltend machen kann. Frau Marschall. Herr Müller, was ist denn mit den ganzen anderen Geschädigten, die eben andere Autos fahren? Womit können die rechnen? Für die betroffenen Autos von Volkswagen, Audi, Seat und Skoda ist eben die Verjährungsfrist für uns jetzt handlungsleitend gewesen. Darum ja auch das schnelle Gesetzgebungsverfahren, darum dieser erste Elfte und deshalb auch die Klage, die sich hier gegenrichtet. In der öffentlichen Diskussion geht es ja auch um andere Autohersteller, Daimler und andere. Aber um die machen wir uns zurzeit noch keine Gedanken, sondern wir konzentrieren uns auf die, wo jetzt eben Ende des Jahres die Verjährung abläuft. Aber die anderen Geschädigten können ja dann, wenn es eben Urteile gibt, sich darauf berufen? Naja, wenn Sie einen Daimler gekauft haben, können Sie sich schlecht auf ein Urteil in Sachen Volkswagen, Skoda oder Audi berufen. Insofern sagen wir, wir gucken uns jetzt erstmal diesen Fall an, wo jetzt wirklich Zeitnot herrscht, damit eben die Verjährung nicht wie ein Pfeilbeil alle Rechtsmöglichkeiten abschneidet. Und damit sammeln wir jetzt mal die ersten Erfahrungen. Noch mal eine erste Frage, wird es dann weitere Feststellungsfragen für die Kleinerkunden geben? Zurzeit ist das nicht geplant. Wir haben zwei Fragen gestellt. Ja, wir haben andere Sachen in Planung. Nein, es ist nicht spruchreif. Genau. Ja, dann habe ich... Bitteschön. Jetzt. Zu Susanne Landt, der Deutschen Verkehrszeitung. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagten Sie vorhin, dass wir also private hier in der Musterfeststellung klar beurteilen können. Wie sieht es denn aus, wenn zum Beispiel der kleinen Unternehmer und Handwerker, das sind ja auch oft Einzelpersonen, kleinere Transportunternehmen. Das eine. Und das zweite noch mal zu dem Händnis der Verjährung, wenn das gehemmt wird, wie weit reicht es denn zeitlich? Also das Gesetz ist eben ausdrücklich nur für Verbraucher gedacht, im Musterfeststellungsklagengesetz. Es gibt aber eine Regelung, die vorsieht, dass Unternehmer, die bereits Klagen oder rechtzeitig noch Klage erheben, auf Antrag ihre Klagen aussetzen lassen können und auch den Ausgang dieses Verfahrens abwarten können. Diese Möglichkeit gibt es. Allerdings können sie nicht von der Verjährungshemmung profitieren, weil sie sich nicht eintragen können. Und sie können auch nicht von der strikten Bindung, Bindungswirkung dieses Urteils profitieren, inwiefern es eine faktische Bindungswirkung möglicherweise gibt, weil der BGH eben über bestimmte Grundsätze ja entscheidet. Das kann ich an der Stelle eben auch noch nicht sagen. Und Sie hatten noch die Frage zur Hemmung. Also wenn die Verjährung einmal gehemmt ist, dann läuft sie auf jeden Fall für jeden, der sich richtigerweise in das Register eingetragen hat, auf jeden Fall bis zum Ende des Verfahrens. Und dann gibt es noch eine sogenannte Ablaufhemmung, die ist, meine ich, sechs Monate. Und wenn Sie die politische Diskussion nochmal nachvoll verfolgen, es gab ja durchaus auch Vorschläge im politischen Raum, diese Musterfeststellungsklage auch auf gewerbliche Betroffene zu erweitern. Das wurde vom Deutschen Bundestag so nicht beschlossen. Ich will aber nochmal deutlich sagen, wir hätten uns darüber gefreut, wenn das der Fall gewesen wäre. Insofern warten wir dann die Diskussion über den New Deal for Consumers ab und werden sehen, was dann dort entschieden wird. Weitere Fragen haben wir heute nicht mehr. Ich habe aber das starke Gefühl, es würde sich lohnen, wenn wir uns in dieser oder ähnlicher Materie nochmal wiedersehen hier. Ich glaube, das passiert. Okay, die Einladung steht. Vielen Dank für heute. Vielen Dank.